Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Kettle & Cops. Ja, es geht weiter, ich bin gerade vom Hafen Getreidehändler und fahre jetzt nach Hause und zwar zum Hof. Ich habe nur alles verkauft, was nun im Lager war, bis auf kleine Reste, wie viele BGH. Ach, hier kann man Silage verkaufen. Okay, das wollen wir ja nicht. Ja, ne, das wollen wir nicht. Ja, am Hof ist das lohnt sich ja nicht und ich stelle mal so fest, die Preise sind pro Kilogramm, der Hänger wird aber auch ein Liter angezeigt. Das bedeutet, ja, Einbahnstraße, ne? Das bedeutet, wir kriegen also die 19.000, die ich mal gerechnet habe, stimmt so nicht. Das wäre ein paar Euro mehr gewesen, wenn das so wäre, mit Liter und Preis. Das Kilogramm. Das ist komplett verkehrt. Hier Strohverkauf, Junge. Einmal hier unten drehen. Fahr mal in die andere Richtung, ne? Besser. Ja, hier kann man Stroh verkaufen und, äh, ich glaube sogar Heu. Das Problem ist nur, bei mir zur Zeit, äh, um Heu und Stroh machen zu können, brauche ich Geräte. Die Geräte, die habe ich leider nicht. Ja, deswegen geht's nicht. Ich bräuchte ja immer einen Taktor, wo man was von uns anbauen könnte, dann brauche ich, äh, Anhänger dafür. Ja, egal, aber natürlich, ne? Ja, das ist schwierig. Und was noch schwieriger ist, äh, kriegt das den Beladen nicht so hin, mit der Steuerung hier. Aktuell jedenfalls. Und zum Testen ist mir jetzt der Spielstand zu schade, beziehungsweise das Geld sowieso. So. Äh, deswegen habe ich ja gehofft, dass, äh, Raps kommen würde, dann könnte man das entsprechend, äh, eh, eh, kein Stroh machen, ne? Von daher wäre. Aber gut, nächstes Jahr will ich ja Mais machen. Körner Mais, aber Körner Mais, äh, da bräuchte auch kein Stroh an. Von daher ist das gut, Anführungszeichen. Ja. Ja, heute bin ich schon Mittwoch, ne? Heute habe ich noch ganz schnell, in Anführungszeichen, in die Folgen hochgeladen für, für die Marsch, die, äh, noch gefehlt hatten. Ab morgen. Ich möchte ja immer pünktlich, zur Zeit, zur selben Zeit, ja immer das Gleiche bringen, ne? Und ob sich jeder auf einstellen kann. Wer möchte und kann, äh, es darf es gerne und ich freue mich, wenn jemand schaut. Interesse besteht, ne? Klar, wenn keiner ist, ist das auch nicht tragisch. Ich sehe mal, das ist auch recht viel von der Menge her. Jeder muss sich im Prinzip entscheiden, was er gucken möchte, ne? Das ist schöner halt, man kann, man kann, aber muss nicht schauen, ne? Was soll ich machen? Hier gucken. Links gut, rechts gut. Rüber. Ja. Gut, 47.000 ist nicht viel, aber ich habe mich entschieden, ich werde im nächsten Jahr, also jetzt kein Feld mehr kaufen. Äh, es reicht irgendwie nicht. Und, was noch wichtiger ist, wollte ich sagen, die Geräte werden geliehen. Also die See, die Sateinheit werde ich einfach ausleihen, denn so kaufen würde ja auch etliche, ja, das würde zu viel kosten, mal sagen wir mal so. Und jedes Jahr machen wir ja kein Mais. Getreide schon eher, also Hafer, ist auch nicht da, aber, äh, Gerste, Weizen, Rocken. Ne, da wollen wir abhängen. So. Ja. Die Tellermaschine ist noch hoch, äh, am Feld. Da fag ich jetzt hin. Da muss ja noch einiges getellert werden, bevor wir das im Frühling, äh, ja, jetzt die Zeit mehr springen können, ne? So, und Tiere halten geht auch erst dann, wenn ich im Prinzip die nötigen, äh, was würde eigentlich die Felder am Hof kosten? So. Und zwar, das wäre, oh, mal gucken. M. M. Am Hof gibt es ja nur 1, 2, 3. Also Feld 22 wäre interessant. Diese kleinen, äh, äh, weniger. Gut, wenn ich später mal Gras machen würde, vielleicht schon, aber wie gesagt. Und das wäre, fällt irgendwo, sowas kostet man, ne? Vom Boden her, hm, naja. Nicht so optimal, desto wohl das Beste sei, ne? Gut, äh, Feld 22. Wollte ich schauen. Ist immer interessant, wie groß es überhaupt ist, ne? Das kann ja täuschen, ne? So, gucken wir mal. So, das wäre, recht teuer, aber auch recht groß, ne? Mit 3,7 Hektar, das ist recht interessant. So, und von der Bodenqualität her, ist schon ein bisschen besser, wie die anderen Felder. Wie die eigenen. Äh, im Besitz, Feld 1. Das ist schon nicht schlecht, aber auch die Ertragersprechen zu sehen, ne? Feld 3. Ja, das ist schon, hm, naja, nicht das allerbeste. Wie gesagt, hier oben soll das Beste sein, ne? Ja, Feld 4. Ist auch nicht so berauschend. Da hab ich im Grunde die verkehrten Felder gekauft. Äh, gut, jetzt verkaufen wir ja auch Blödsinn. Ich hab immer dafür so entschieden, ne? Also hier, äh, soll ich schon mal... Drei jedenfalls ist ganz gut von der Oberfläche. Also Krümeldichte nach oben. Äh, Krümeligkeit. Es geht sicherlich besser, ne? Na gut. Daher die Felder schon bearbeitet sind, mehr oder weniger. Wurde ich mal sagen. Ich verkauf das jetzt nicht. Das wäre aber eine Option, im nächsten Jahr die Felder zu verkaufen. Und dann könnte man, äh, das Feld am Hof kaufen. Wäre ein bisschen teurer und auch besser von der Qualität her. Jo. Ich staune mal wieder. Ich muss mal auf 2K probieren zu spielen, ob das äh, bessere Temperaturwerte gibt. Weil aktuell habe ich wieder so 81 Grad. Und ich weiß nicht warum. Äh, CPU ist nicht ausgelastet. Anführungszeichen. Früher war es normaler Fall. Jetzt. Oh. Oh, das hat böse Geräusche. Und ich hab mir Schäden, ne? Ich weiß aber nicht, ob das sich da Auswirkungen zeigen würde, ne? Das könnte ja sein, dass sich ja gar nicht passiert, ne? Also nur im Allgemeinen verschleißen, ne? Ob da ein Hempelei Probleme verursachen könnte, weiß ich nicht. Muss man testen, ne? Bis er kaputt geht. Aber das habe ich auch nicht vor. Wird so riskant. Du, wir haben Bodenverdichtung, ne? Er rollt gleich mal weiter. Also Standgas oder Leerlauf oder er rollt einfach vorwärts. Jo, drei Felder sind noch. Ne, vier. Ja. Ja, breitere Geräte haben wir leider nicht. Ich habe auch mal bei Motz geschaut. Leider gibt es da auch keine breitere Geräte bis jetzt, wenn ich etwas gesehen habe. Wenn ihr eins würdet, was zumindest 8, 9 Meter haben würde, als Scheibenegge oder sowas, dann wäre es super, ne? Guck auf. Guck auf. Guck auf. Ja, drei ist ja fertig, soweit wie möglich. Gut, da sind ein paar Rest da drin, so wie hier auch, aber... Einmal machen wir noch im Prinzip mit der Kreiselecke, aber erst ein Frühling. Kurz vor der Aussaat. Wenn das Geld reichen würde, könnte man es auch an Angestellten nehmen, ne? Mal probieren. Langsam probieren. Ja. So. Dann muss man hier rückwärts auffahren. Der Streifen ärgert mich doch schon. So. Dann muss man hier rückwärts auffahren. Der Streifen ärgert mich doch schon. So. 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 Der rollt ja alleine vorwärts, ne? Normalerweise ist das, äh... Schwierig nochmal so, ne? Normalerweise... Wenn der Kuppert drin ist, fiel eine Bremse. Oder ein Scheibenegge in dem Falle. Ja, wird besser aus. Denkortativ, denkortativ. Ja, hier bei Catroom Cops ist im Prinzip mehr oder weniger alles, das mache ich alleine. Und aktiv jemanden einstellen, müsste man im Prinzip, naja, wenn noch, müsste man im Prinzip mal probieren, wie das geht, weiß es nicht, super, nicht gegrubbert. Ist hier oben, falle ich nicht hochdrücken, trau. So, jetzt aber, ne? Ja. Ja, alles kann man jetzt grüßen, oder wie man schon sagt, wer hat in den Beinen, der hat in den Kopf, hat in den Beinen, ne? Den Fahler in den Reifen. Ist leider so. Ja, macht aber nichts, nimmt trotzdem mit durch. Das Tellern ist eine recht eintönige Arbeit. Auch in den echten Lampfschock, denke ich mal, aber in den größeren Feldern halt, ne? Ich denke an die Felder, wenn ich es so sehe, im Fernsehen oder auf YouTube oder so, ne? Internet, äh, von Russland und so, oder Kanada oder USA, das sind riesige Dinge. Oh, ein Reh rechts. Der Reh hält sich hier immer auf, in der Ecke hier. Ja, fällt eins schon mit bessere Qualität vom Boden her. Die Tulip ist ein bisschen ärgerlich, da das nicht so ist. Aber, vielleicht auch Absicht, gut okay, das haben sie später gemacht, aber wie gesagt, wenn das so ist, dass die äußeren Felder interessant sind, ja, dann ist das ein Anführungszeichen immer, weil ich ganz gerne Felder und Stück habe, meine Ernte so tun und scheinen. Ja, mal sehen, Düngerstöpfe und so hinkriegen, wo Dünger jetzt noch nicht so ausschlaggebend ist, ne? Ich weiß nicht, da steht auch nichts davon. Nur halt die Bodenbearbeitung, ne? Dünger kann man sich sparen, wenn man keinen Einfluss hätte. Junge, das war zu, ja, zu weit. Das war doch schon eine richtige Spur. Ja, schöne Spur, ne? Aber es funktioniert halt schon, ne? Was mir anders noch nicht geht, ne? Das kann aber auch hier entsprechen, diese Performance-Probleme, was ich per Früh sagen, ne? ist ja nach der Spätschicht irgendwie besser. Obwohl, am besten geht es am Freitag nach der Frühschicht. Nach dem Bahn, stunden auf der Couch und dann ist die Müdigkeit weg oder sie ist voll da, also vorbei, ne? Am meisten nach der Weile, gegen drei bin ich dann entsprechend auch wieder runter. Dann geht es auch abends besser voran, ne? Der muss noch ein bisschen mehr, doch, gegenlenken, ne? So. Tempomat rein. Jo, wie die Schaltmerke aussieht, temperaturmäßig. Das kann man aber auch schon irgendwo sehen. Ach so, bei Fahrzeuge. Und zwar ist das hier, machen wir es um. Gucken wir mal an, wie das Gerät aussieht von der Wartung her. Wahnsinn, 17 Minuten um, aber das zeigen wir gleich nochmal. Das bleibt zum Schluss, wenn ich oben angekommen bin. Na ja, Uhrzeit ist von mir jetzt, äh, 16 Uhr 40. Ne, 20. 16 Uhr 20. So. Da sind wir. Und, die Anrichtung. Und dann gleich mal gucken, wie die Geräte aussehen, ob man da was machen muss. Oder müssen. Ich glaube eher nicht. So. Gremse. F1. Fahrzeuge. Flurpark. Das sind die eigenen Fahrzeuge. Und, das ist unser Tracklink Rebell 25. Pflegezustand. Oh. Bei 83%. Könnt ihr höchstens reinigen, aber wie gesagt, äh, aber hier zeigt sich keine Änderung an. Ich glaube eher nicht. Wenn wir hier sind, ne. So. 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 Ein kleines Gerät von 300. Tief für 10 cm. Aha. Äh. Äh. Das ist jetzt 10 auf 10cm. Und der mit 25 Grad. 20. So. Hat man da nicht noch einen Krupper gehabt. Das ist ... Der hat ... meine Krupper den hat er nicht. ja ich glaube das hat es auch schon vorher gewesen sein das ist aber tschüss und tschau ein dickes Dankeschön für euch rein schauen ja morgen geht es hier weiter tschüss und bis morgen